Mit Mardi hat es nur einen kurzen Kontakt auf dieser Ebene gegeben. Er hat gesagt, wir sehen uns dann. Er hat viel Glück und er freut sich riesig darauf. Für ihn ist auch ein spezieller Tag. Dass er der Nazi wieder dabei sein kann. Ich freue mich riesig für ihn. Ich freue mich, dass ein Teamkamerad für England spielen kann. Vor dem Match wird man darüber reden. Aber in meinem Spiel ist man auf seinen Job konzentriert. Da versucht man, so gut wie möglich zu spielen. Und das Spiel auch zu gewinnen. Mit Gelson Fernández hatte ich einiges Mal Kontakt. Er spricht sehr positiv vom Klub. Wie auch Klubmitglieder, Ex-Spieler von ihm, haben auch sehr positiv von ihm gesprochen. Wie gesagt, Leicester City ist am Wachsen. Und für mich am Schluss war der Entscheid auch einfach. Er hat gesagt, man kann wirklich super arbeiten. Seriös, ruhig. Fans, Staff, Leute. Das sind alles positive Leute. Ich spüre mich auch. Der Spirit ist sehr gut. Und das hat mir auch Freude gemacht. Viele Spieler sind zu mir gekommen und haben gratuliert für diesen Wechsel. Sie sind sehr positiv rübergekommen. Wir hatten wirklich lange, bis wir den Entscheid gefallen haben. Und Leicester City ist ein Klub, der jetzt am Wachsen ist. Und das spüren auch alle. Und darum waren die Feedback sehr positiv.